Diese Kinder sind zwischen 8 und 13 Jahre jung und sie haben eines gemeinsam. Sie alle haben eine Krebskrankheit überwunden. Hier im Onki-Camp der österreichischen Kinderkrebshilfe in Mautendorf in Salzburg gibt es für sie zehn Tage lang Spiel, Spaß und Unterhaltung. Therapeuten bereiten die Kinder auf das Leben nach der Krankheit vor. Das Ziel der Camps ist, dass die Kinder nach diesen Aufenthalten und nach dieser langen Zeit, die sie miteinander hier verbringen können, lernen, wie sie dann im normalen Leben mit dieser Tatsache, dass sie Krebs hatten, umgehen lernen. Schon seit Jahren arbeiten das familiengeführte Unternehmen Bofrost und die Kinderkrebshilfe zusammen. Das Projekt der heurigen Zusammenarbeit ist der Bofrost Familienrezeptkalender. Der Kalender enthält Rezeptkarten zum Sammeln, Fotos, hat Platz für Termine und ist ab Oktober erhältlich. Ein Euro geht an die Kinderkrebshilfe. Es ist uns immer wieder eine Freude zu sehen, wie unsere Verkäufer hinter diesem Projekt stehen. Jahr für Jahr gelingt es ihnen, immer mehr Kunden dafür zu gewinnen. Langfristig gesehen hat diese Zusammenarbeit nur dann Sinn, wenn sowohl das Unternehmen als auch das Projekt gut zueinander passen. Wir haben mit der österreichischen Kinderkrebshilfe diesen Idealpartner gefunden. Eis, 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 Eis! Vor dem Start des Kalenderverkaufs gibt es Gratiseis für die Kids. In den kommenden Monaten haben alle Bofrost-Verkaufsfahrer den Kalender für 5,95 Euro dabei. Ziel von Bofrost ist es, 20.000 Kalender zu verkaufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.